herzlich willkommen zurück zu darkest dungeon mit der resu ich bin der resu und wir müssen paar leute in die stress abbau maschinerie einbringen brasser ist liebestoll gut dann gehst du eben ins bordel boten geht in die spielhalle und ich überlege ob wir jetzt den direkten bosskampf machen mal sehen wir hätten oliver theoretisch wir könnten gut hier brief können wir mitnehmen hat gar keinen stress ließ war hätten wir als eine stufe 6 aussätzigen das ist ganz gut und wir bräuchten noch einen heiler piper hat ein bisschen stress aber wir versuchen es trotzdem langeweile minus chance auf tugend das ist eigentlich gar nicht so gut vielleicht sollten wir dann doch warten oder haben wir noch einen anderen guten idee wir könnten natürlich zwei grabräuberin mitnehmen ich glaube das war aber so die haben den kleinen vorteil nämlich auch noch die haben gift list können sich also selbst stress entfernen die hacke ins gesicht entfernen wir nehmen lieber den gift obwohl den giftfeil nehmen wir nicht für goddard mit goddard nimmt die hacke ins gesicht mit denn den giftfeil kann man von position 2 nicht ausführen so breboiv nimmt die hacke ins gesicht nicht mit dafür noch gift list müssen wir erst kaufen dann machen wir das mal da gucken wir mit den anderen auch mal schnell nach wo da hat alles notwendige auf dem richtigen level dies war ebenfalls und wenn hatten wir ein pfeil bei ebenfalls ok bei allen ist alles gut items nämlich an hat auch jeder ja gut dann geht's los gegen die erdruckene besatzung wir sollten nicht davon ausgehen sofort zu gewinnen das hier ist eher eine forschung ein forschungsausflug jetzt aber sicherheitshalber nehmen wir natürlich alles mit besonders bandagen nämlich ganz gerne hier sehr viele mit das hier ist while the greedy dogs slept off their revelry i hexed their anchor with every twisted incantation i could muster imbuing it with the weight of my ambition and my contempt for their crude extortion at the witching hour the anchor pulled with preternatural force dragging craft and crew down into the depths they must have cried out but now i das ist gemein den anker verhexen dass er das ganze schiff runter zieht so mal sehen 1 2 3 4 hier werden es auch 4 hier werden es nur 3 1 2 3 ja dann wird es einer dieser räume hier sein hoffen wir dass wir nicht zu viele kämpfe zwischendurch haben was haben wir hier und blauerer was positives ok plus schaden bei geringem licht kommt bei mir nicht wirklich zum tragen ich kämpfe bei hohem licht kein erkunden obwohl wir zwei grabräuberinnen bei haben und okay wir haben einen aufgedunstenen diener der ist natürlich unsere priorität erstmal wieder zack ähm zack 20 schaden für den dd gut und okay der diener ist direkt erledigt zack zack ah nicht genug okay piper ist ein bisschen stresslos geworden das ist schön godar bekommt stress nicht so schön so der wird okay der benutzt den krustenwall allerdings für den heiler oder die heilerin bin ich ganz sicher ganz klein wenig schaden für den tiefsee champion wirklich ein winziges bisschen schaden da wieder und noch mehr stress godar nimmt zu viel stress jetzt gerade mit ich hatte auf den crit gehofft natürlich mal wieder um hier stresslos zu werden ausgewichen ausgewichen sehr gut ähm du markierst dich mal bitte selbst der tiefsee champion scheint da ganz gerne drauf zu reagieren so jetzt pumpen wir den mit giftvoll ruf der tiefe ja die waffen sich gegenseitig und sehr gut sehr schön hat den angegriffen den er angreifen sollte und jetzt ist der schutz weg dann schlagen wir direkt zu und weg ich müsste das besser koordinieren mit meinen graben räubern nicht ähm benutzt dauernd den durch mit meiner gift graben räuberin versuchen wir mit einer betäubung leider hat es nicht geklappt aber es war ein crit das heißt wir sind wieder ein bisschen stresslos geworden das ist immer gut noch mehr blut ok das ist aber nicht wirklich schlimm bisher so eventuell ja das bluten können wir direkt also reicht direkt aus um den zu erledigen und da ist er weg ein bisschen zusatznahrung können wir bekommen sehr schön und noch ein bisschen blut ach ok wir benutzen die bandage wozu haben wir sie sonst mitgenommen und eine leere truhe ist in ordnung m Prozent Krabbenwetling nicht so schön ja hier auf den rauf ich pump mal Gift in den hier rein hat sich gegen beides widersetzt nicht so schön dann versuchen wir hier meine Betäubung auch widersetzt ok ausgewickelt sehr gut das zusätzliche stressen hätten wir hier nämlich gar nicht gebrauchen können hier müssen wir auf jeden Fall den Verband hier zu benutzen sonst sind das insgesamt 50 Schaden ich meine 10 Schaden können wir nicht verhindern aber die restlichen 40 schon yay noch mehr Stress für gut da das ist ja toll und zack das ist ein bisschen wenig Schaden jetzt gewesen Aua ok das sind jetzt 20 Schaden die wir in dem zu kriegen und verbannt um das zu entfernen wir versuchen noch mehr Angriffe auf uns zu ziehen durch das gezeichnet eine Heilung wunderbar der Angriff trifftlich zwar das ist schön immer weiter auf ihn zielen noch mehr Stress das sieht nicht gut aus für Godard hier und wir werden den Gezeitenmeister da auch nicht so einfach los gerade generell werden wir hier gerade gar nichts los und diesmal gegen beides widersetzt sehr schön Hyper muss mal eine Heilung für alle machen so noch mehr Gift rein Ach Gott und der Hyatt um 18 das ist doch nicht zu fassen so endlich ist er weg endlich ist er weg oder sie zack zumindest vom Leben her sieht es ganz gut aus gerade nur der ganze Rest eben nicht äh äh Piper müsste sich ein bisschen selbst heilen ok das bringt nichts da sollten wir wirklich hier wir werfen mal ein Gift Pfeil auf den oder die hier hacken wir weiter da es kein Crit war ist es ja nicht so schlimm ok jetzt wird es schlimm jetzt müssen wir das auf jeden Fall wieder raus heilen ausgewickelt wunderbar damit ist die Schnecke auch erledigt und ok sobald der Wildling wieder dran ist ist er erledigt und wunderbar wir bekommen nicht mal Schaden hier doch warte die Dings da habe ich vergessen so einmal die Bandage und dann die Heilung warum wird da habe ich kurz die Steuerung verlernt das mache ich manchmal mitten im Spiel bei allen Spielen und hier brauchen wir jetzt gleich ein Jahr kunden drin deswegen gestrahlt das licht keiner kunden na gut dann gehen wir dahin wozu haben wir die Schaufeln bei ne fällt gerade auf wir gehen doch lieber ein Stück zurück denn wenn das jetzt hier der richtige Raum ist dann wollen wir natürlich vorher gelagert haben da haben wir einen Wunschtag ja dann entfernen wir mal bitte den Wunsch da kam es sehr schön hier ermutigen wir ein bisschen Zuflucht keine nächtlichen Hinterhalte Minus Stress Schaden für ein paar Kämpfe und nochmal eine Ermutigung jetzt sind wir für den nächsten Kampf gestellt und wir geht doch da lang so nutzen die Gelegenheit um uns zu entscheiden und laufen direkt in den aufgedundenen Diener rein na widersetze ich wie gemein ok wir müssen jetzt bitte 20 Kampf äh 20 Schaden machen 20 Kampfschaden ist im Mannschaftspielen natürlich eine wichtige Unterscheidung deswegen habe ich da mich da eben beinahe versprochen weil ich kürzlich Dice Masters gespielt habe schönes Spiel spiele ich über den Tabletop Simulator mit Clicky den man vielleicht noch kennt ähm Moment aus welcher Reihe doch gleich achso Pass auf Exer hatten wir zusammen gespielt äh hier Heilung für alle keine keine Crits zack nicht genug und ausgewicheln verdammt nochmal das sind verdammt schwere Gegner steht immer noch so wieder Heilung für alle und da haben wir endlich einen Crit der ein bisschen Stress weg macht warum greife ich denn da an die Schnecke wären wir jetzt endlich losgeworden also die hintere und sehr gut Nummer 1 ist erledigt Nummer 2 ist erledigt so Heilung kein Crit schade und keine Crit schade ein Saphir das ist schön immer schön Schmuck zu finden ich weiß nicht ob ein einzelner unbearbeiteter Edelstein wirklich als Schmuck gilt für mich schon ich trage die auf den Kopf ok hier ist es sehr unbossig dann wird der Boss wohl doch da sein hm 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 hier könnten auch noch Gegner theoretisch sein oder Fallen ja auch möglich danke für den Hinweisspiel ja ja ich watch ja meine Step aber wenn hier überall Pfeile stehen man hopst über eine rüber und Moment mal 1,2,3,4 hier auch 4 1,2,3 normalerweise ist es das was am weitesten 1,2,3,4 hier nochmal den ganzen Weg zurück ja wir haben drei Räume die gleich weit entfernt sind das heißt den Anti Stress Buff werden wir wahrscheinlich nicht mehr haben weil ich nicht glaube dass wir hier die zwei Räume passieren können ohne noch zwei Kämpfe zu machen äh drei Kämpfe Entschuldigung ich dachte wir hätten mehr gehabt ja noch ein bisschen Stress noch ein bisschen Stress ganz toll kriegen sie ja mit ist alles ganz stressig hier und jetzt bitte ihn erkunden na gut dann nicht jay Gegner we require only the strength to follow it so wenig so wenig ja Piper hat jetzt schon langsam Stressproblem hier ausgewichen ausgewichen das ist ja skandalös und ok das geht noch hier hacken wir einmal rauf zu wenig ja hier dürfen wir jetzt nichts machen dann landen wir bei ihr den Giftpfeil ok stress für alle warum greife ich den denn an der ist doch sowieso erledigt das war der falsche Zauber ok ok Nummer 1 erledigt gut da ich nicht weiß wer als nächstes dran ist zack guten Schritt an der falschen Stelle aber ich will mich ja nicht beschweren ich meine ich tue es aber ich will nicht zack äh dann werfen wir die grüsten weg da wird es mir noch ein bisschen Stress geben vielleicht danke danke spiel oh danke spiel tch adversity can foster hope and resilience und 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 und